Aha, gleich kommt der lustigste Teil. Ich wünsche mir einen Donut. Ein paar Donuts. Das ist doch ganz einfach. Das werde ich schaffen. Gute Wahl. Ihr habt schon mit dem Kochen begonnen? Also, der Teig ist fertig. Wir stampfen unsere Donuts mit so einer speziellen Form aus. Drei Stück. Was wird genug sein? Jetzt müssen wir das Öl erhitzen. Erst mal die richtige Temperatur einstellen. Oh, come on. Sieht ja toll aus. Ach, du meine Güte. Was machst du denn da, mein Kleiner? Entspannt euch. Das schaffe ich schon. Was kommt als nächstes? Ah ja, das Öl. Ich glaube, das wird reichen. Jetzt schön auf warm stellen. Was? Ihr bratet schon? Okay. Das heißt, ich kann auch anfangen. Bäm. Eins, zwei, drei. Oh nein. Das Öl spritzt uns all. Oh man. Tom, warum hast du es so sehr erhitzt? Wasser. Ich muss meine Donuts retten. Ach du meine Güte. Hier ist was schief gelaufen. Meine armen Donuts. Sie sind ruiniert. Oh nein. Mach dir nichts draus. Das wird schon. Ach kommt schon. Das ist doch lächerlich. Schaut euch meine Donuts an. Jetzt werde ich sie noch dekorieren. Ich schneide sie auf. Der Mensch ist schließlich mit seinen Augen. Deshalb ist das Aussehen das Wichtigste. Alles muss wunderschön sein. Bellissimo. Oh ja, natürlich. Sieht toll aus. Aber meine Donuts werden ohne Dekoration besser aussehen. Ah, ihr habt das toll gemacht. Moment. Mir ist was eingefallen. Ich nehme mir einfach Käse. Und der kommt jetzt in diese Donutform hier. Und jetzt benutze ich noch ein paar Cheetos als Topping. Ah, da werde ich ihn nochmal gebrauchen. Weißt du ja überhaupt, was ein Donut ist? Yeah. Ich werde es einfach als Streusel benutzen. Na los. Das muss sicher klappen. Einfach wunderbar. Aber hier fehlt noch was. Ah, Oma. Kann ich mal kurz deine Bratpfanne haben? Ja, natürlich doch. Dankeschön. Wobei, nee, ich brauche nicht die Bratpfanne. Ich brauche einfach deinen Herd. So, schön einrollen in Alufolie. Und jetzt kommen die Dinger auf den Herd. Aha, wir sind fast fertig. Hm, ich glaube, wir sind soweit. Wunderbar. Na, seid ihr bereit? Wow, die sehen ja so schön bunt aus. Damit möchte ich anfangen. So richtig schön appetitlich. Auch noch mit Füllung. Was könnte besser sein? Mhm, und was haben wir hier? Ganz einfache Donuts. Äh, die sind doch irgendwie ein bisschen zu trocken, oder? Was ist das denn? Ach du meine Güte, das sind ja Käse-Donuts. Das ist einfach erstaunlich. Aber ich glaube, ich mag die Süßen mehr. Ja, die Chefkörchen hat gewonnen. Ha, habe ich doch gewusst. Nun, als nächstes wünsche ich mir ein Sandwich. Kein Problem. Du hast keine Chance gegen mich. Okay. Nun, ich weiß, wie man das macht. Ich werde auf jeden Fall Nutella gebrauchen. So, die Nutella kommt einfach auf ein bisschen Toastbrot. Und jetzt brauche ich noch ein paar Marshmallows. Ganz genau. Perfekt. Und natürlich Schokolade. Und außerdem könnte ich noch ein paar Regenbogen-Gummibärchen verwenden. Und die Soße nicht vergessen. Boah, das wird mega süß. Und außerdem sieht das richtig toll aus. Wir sind fast fertig. Noch ein bisschen Pop-Candy. Fertig. Na, komm mal. Ach, was für ein Albtraum. So viel Zucker. Ich werde ein ganz normales Sandwich machen. Etwas Schinken. Etwas Käse. Und noch ein Toastbrot. Wunderbar. Ein schönes, warmes Sandwich. Noch einmal kurz umdrehen. Wir sind fast fertig. Ach, das ist doch so banal. Ich brauche etwas Toastbrot. Perfekt. Hier kommt ein Blasana drauf. Ein paar Tomaten. Und jetzt? Ein Sandwich. Ohne Fleisch. Was soll das denn? Das ist meine geheime Zutat aus der französischen Küche. Das sind Schnecken. Ach du meine Güte. Das wird wunderschön. Mir wird gleich schlecht. Also, diese französische Küche habe ich noch nie verstanden. Auch noch Muscheln. Ja, die Muscheln passen perfekt zu diesem Sandwich. Ist ja ekelhaft. Das nennt sich Au Cuisine. Irgendwas fehlt hier noch. Ah ja, genau. Dorblüh Käse. Passt hervorragend zu den Meeresfrüchten. Oh, ich halte das nicht aus. Oma, bitte. Halte durch. Wir sind fertig. Meine Güte. Na, seid ihr bereit? Oh, was für ein tolles Sandwich. Ich fange damit an. Was ist das denn? Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Oh no. Das sieht doch viel appetitlich aus. Probieren wir mal. Oh, ich liebe diese ganzen Süßigkeiten. Küss mich. Und das letzte Sandwich. Oh, ist das lecker. Das ist doch sicher von der Oma. Oma, das hast du toll gemacht. Du hast gewonnen. Oh, hurra, hurra, hurra. Und wie geht's weiter? Jetzt wünsche ich mir einen Cäsar-Salat. Fantastisch. Na, endlich. Ach, was ist das denn? Na, dann wollen wir mal anfangen. Mann, Tomaten schneiden ist echt schlimmer, als ich gedacht habe. Wieso klappt das nicht? Ach, blöde Tomaten. Ich schaff das noch. Hey, was erlaubst du dir? Pass doch mal auf. Schau mal, so einfach geht das. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Und fertig sind wir. Dazu kommen noch ein paar Salatblätter. Und das Hühnchen nicht vergessen. Eine ganze Menge davon. Wunderbar. Wunderbar. Ach, mir gefällt der Salat schon richtig. Ah, seid ihr Amateure. Ich hab eine Idee. Ich brauch frische Rucola. Und meine geheime Mischung. Das alles kommt in den Mixer. Und jetzt heißt es schön durchmixen. Fangen wir an. Ah, fertig sind wir. Angeberin. Ich brauch einen kleinen Kochtopf. Da kommt die gesamte Flüssigkeit hinein. Hä? Was macht die denn überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Seltsam. Wie auch immer. Jetzt brauch ich eine große Spritze. Und passt mal auf. Gleich geschieht hier Magie. Das hier ist eine Wurst. Aus der Molekularküche. Hier kommen noch Salatblätter mit hinzu. Tomaten. Und natürlich noch das Hähnchen. Solche Stücke sind einfach nur perfekt. Hier kommen natürlich noch ein paar Croutons mit rein. Und den Käse nicht vergessen. Erledigt. Ach, genau. Das hätte ich ja fast vergessen. Ich muss doch den Käse reiben. Hey, was ist denn hier los? Ah, Gemüse schneiden macht so viel Spaß. Oh Mann, ich hab schon wieder was falsch gemacht. Ah, ich hab ne Idee. Ich benutze einfach diesen coolen Kaugummi hier. Ja, anstatt den Salatblatt eben. Okay. Sieht richtig nett aus, oder? Hier kommen noch ein paar Glotzer mit hinein. Awesome. Außerdem ein paar Marshmallows. Und ein paar Gummivürmchen. Erledigt. Fertig ist der Salat. Ach, was für ne Geschmackslosigkeit. Schatz, wir sind bereit. Okay. Probieren wir mal. Äh, was ist das denn? Äh, schmeckt ja gar nicht. Also da sag ich eindeutig nein. Und was haben wir hier? Mh, sieht appetitlich aus. Ganz normaler Salat. Nichts Interessantes. Und was ist das denn? Was Interessantes? Das ist eindeutig der Gewinner. Yeah, ich hab's gewusst. Ich hab gewonnen. Oma, die Gloria hat schon wieder Hunger. Diesmal wünsche ich mir einen Lutscher. Der soll schön bunt sein und am Stiel. Ja, alles klar. Das können wir schaffen. Ich mach das so, wie ich es auch mein ganzes Leben lang gemacht habe. Zuerst müssen wir das Karamell kochen. Etwas Zucker kommt eben ins Wasser und ständig umrühren. Hm, seltsames Rezept. Kann ich das wiederholen? Also Wasser mit Zucker. Zuerst muss ich die Temperatur des Karamells prüfen. Bevor ich das in die Formen gieße. Perfekt. Jetzt kommt das Karamell in die Formen. Und natürlich ein paar Regenbogentöne hinzufügen. Wie werden Gloria gefallen? Eindeutig. Das hätte ich ja fast vergessen. Es muss ja ein bunter Lutscher sein. Ich werde einen natürlichen Fahrstopp verwenden. Wow, Oma, du bist voll stark. Oh ja, ich kann eben vieles. So, das Karamell kommt jetzt in die Förmchen. Und die Stäbchen nicht vergessen. So, das Karamell ist fast gefroren. Jetzt bauen wir den Lutscher zusammen. Ach, du meine Güte. Sieht ja toll aus. Ich lege all diese Karamellbürstchen zusammen. Und dreh sie einmal ein. Das wird mein Lolli. Wunderbar. Der perfekte Lolli. Unglaublich. Hä, riecht nach was Verbranntem. Das ist ja mein Karamell. Es ist verbrannt. Enkelin, du bist so tollpotschig. Was soll ich denn tun? Okay, kneten kann ich auch. Ich benutze einfach bunte Knete. Daraus mache ich solche bunten Würstchen. Und daraus mache ich dann eben einen Bündel. Genauso wie es die Chefköchin gemacht hat. Ein wunderschöner Regenbogenlutscher. Sieht gar nicht schlecht aus. Okay. Wir sind fertig. Was wird wohl die Gloria auswählen? Die Knete von der Schwester? Oder diesen riesengroßen Lutscher der Köchin? Ich möchte gleich alles. Sieht ganz schön normal aus. Was für ein merkwürdiger Geschmack. Probieren wir mal das hier. Riecht etwa nach Knete? Das ist ja Knete. Das ist auch voll gemein von dir. Was für eine Schönheit. Richtig süß und richtig toll. Dieser Lutscher hat gewonnen. Ja, habe ich es doch gewusst. Und diesmal wünsche ich mir Chips. Ah, die sind nicht schwer zuzubereiten. Schwester Jane, die Köchin und die Oma sind schon bereit. So, erstmal die Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden. Hey, so ein Ding habe ich nicht. Womit soll ich denn die Kartoffeln schneiden? Ich muss was Passendes finden. Was könnte das sein? Ah, ich nehme einfach diesen seltsamen Kamm hier. Ach du meine Güte. Na, wieso denn nicht? So lange ich damit was schneiden kann? Nein, Jane. Schöne Chips. Werden so gemacht. Schaut euch diese wunderbare Maschine an. Einfach die Kartoffel aufspießen und in kleine Spiralen schneiden. Ach, was für eine Angeberin. Ich mache das auf die alte modische Art. Jetzt kommen die Kartoffeln in die Bratpfanne. Sie wollte doch Chips und keine Pommes frites. Meine Spiralen kommen in die Fritteuse. Fritteuse will ich auch. Endlich ist alles bereit. Was hier noch bleibt, ist servieren. Mit Paprika und Salz natürlich. Die Oma ist auch fertig. Also, bei mir fehlt nur noch Ketchup. Noch ein bisschen Salz. Hier, Enkelin. Großmutters Pommes duften gut. Die Chips der Schwester sehen gut aus. Und die Chips von der Chefköchin sind einfach nur wunderbar. Womit soll ich anfangen? Was ist das denn? So viel Ketchup. Muss wohl Jane gemacht haben. Die mag Ketchup. Ganz in Ordnung. Kann man essen. Äh, sind das etwa Bratkartoffeln? Äh, das wollte ich doch gar nicht. Wow, die sehen ja toll aus. Schmecken einfach fantastisch. Köstlich. Köstlich. Ich wähle diese Chips hier. Ja, ich hab gewonnen. Okay, jetzt kommt der lustigste Teil. Hey Oma, bleib wach. Oh ja, tatsächlich. Meine erste Aufgabe, Pfannkuchen. Hm, was sitzt hier rum? Ach, das ist meine Spezialität. Verlieren wir keine Zeit, meine Enkelin. Ist schon lange hungrig. Wir schalten den Herd ein. Jetzt nehmen wir die Schöpfkelle. Und die Pfannkuchen einfach braten. Das ist ganz einfach. Jetzt kommen die Pfannkuchen auf den Teller. I've got it. Oh Mann, das ist ja voll langweilig. Ich mach die buntesten Pfannkuchen für meine kleine Schwester. Der wird sicher meiner Idee gefallen. Jetzt kommt ein bisschen Farbe ins Spiel. Und noch ein bisschen. Und jetzt gut umrühren. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Das kommt jetzt in die Bratpfanne. Hm, scheint fertig zu sein. Schnell auf den Teller, bevor er verbrennt. Ich werde die Pfannkuchen in allen Farben des Regenbogens backen. Hier kommt noch etwas Butter drauf. Und natürlich darf auch Ahornsirup nicht fehlen. Lecker schmecker. Oh, die sehen ja schön aus. Richtig bunt. Hier kommen noch ein paar Marshmallows drauf. Richtig toll. Das wird lecker. Hm, sowas würde ich selber gerne essen. Awesome. Okay. Eier und noch ein paar bunte Streusel dürfen nicht fehlen. Richtig toll. Richtig toll. Kinder sollten nicht zu viele Süßigkeiten essen. Deshalb kommt auf meine Pfannkuchen ein poschiertes Ei. Wir nehmen einen Topf. Da kommt Wasser rein. Den stellen wir auf den Herd. Machen einen Strudel. Und da kommt jetzt das Ei rein. Außerdem lege ich auf die Pfannkuchen ein bisschen Schinken und Salat. Unser Gericht ist fast fertig. Wir nehmen vorsichtig das Ei raus. Und zum Schluss noch natürlich ein bisschen Petersilie. Ich bin stolz auf mich. Das sieht alles so lecker aus. Probieren wir die mal. Die sind richtig lecker. Okay. Come on! Wow, diese sehen so bunt aus. Mega lecker. Das ist eindeutig mein Favorit. Was haben wir hier? Das ist ja voll furchtbar. Nee, das will ich nicht einmal probieren. Die bunten Pfannkuchen haben gewonnen. Die sind richtig gut. Yeah, ich hab gewonnen. Diesmal möchte ich eine Pizza. Oh ja. Auf geht's. Eine gute Wahl. Für den Anfang schneide ich ein Stück aus. Jetzt nehme ich Tomatenmark. Und tupfe das gut auf meine Pizzaform. Vorsichtig, bloß nicht zu viel. Ich benutze auch gleich einen Pinsel, um das Tomatenmark ein bisschen zu verteilen. Hier kommt noch etwas geriebener Käse drüber. Das wird eindeutig köstlich sein. Und schließlich nehmen wir noch ein bisschen Peperoni-Salami. Was machst du denn da? Ups. Ach, du Zollpatsch. Mann, meine Pizza ist weg. Oh, ist das für mich? Oh, vielen Dank. Ich hab auch schon eine Idee. Ich werd nämlich ne süße Pizza machen. Die wird echt die coolste sein. Okay, statt Soße geb ich einfach ein bisschen flüssige Marshmallows drüber. Voll die gute Idee. Was haben wir hier? Skittles. Klappt wunderbar. Schön in Regenbogenform auslegen. Perfekt. Ich muss mir was Ungewöhnliches einfallen lassen. Ich hab auch schon eine Idee. Ich werd meine Pizza einfach schwarz anmalen. Oh, come on. Dafür benutze ich einfach Lebensmittelfarbe. Das ist ganz schön einfach. Mein schwarzer Teig ist fertig. Natürlich nehm ich jetzt noch Tomatenmark. Oh, man. So ist gut. Sieht auch schon wunderschön aus. Und was wäre eine Pizza ohne Käse? Okay. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Bingo. Und jetzt fehlt noch ein bisschen Belag. Die Wärste mit Meeresfrüchten. Die passen perfekt zu meiner schwarzen Pizza. Rein ästhetisch. Unsere Köche sind fertig und legen die Pizzas in den Ofen. Fertig sind wir. Diese Pizzen kommen jetzt auf den Tisch. Oh nein. Was ist hier passiert? Meine Pizza ist ruiniert. Meine Pizza ist in Ordnung. Riecht wunderbar. Es wird Zeit, die Pizza zu probieren. Wow. Die sieht ja richtig ungewöhnlich aus. Aber sind da etwa Muscheln drauf? Nee, die will ich nicht einmal probieren. Oh wow. Das ist ja eine süße, bunte Pizza. Probieren wir mal. Schmeckt seltsam, aber ganz okay. Was haben wir hier? Das ist ja meine Lieblingspeperoni-Pizza. Oh, wie lecker. Yeah. Diese Pizza hat gewonnen. Danke, mein kleines Enkelkind. Jetzt habe ich Lust auf ein Eis. Ich mache das leckerste Eis für meine Enkelin. Natürlich werde ich auch ein bisschen Kuchen benutzen. Ich kann mir bereits vorstellen, wie gut ihr das schmecken wird. Na, dann wollen wir mal anfangen. Das Wichtigste ist, jedes Stück klein zu hacken. Also schnappe ich mir diese Spachteln hier und fange an. Wow, was ist denn hier los? Wieso bin ich mit Kuchen bedeckt? Junger Mann, was erlaubst du dir da? Tut mir leid, ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen. Ah, was könnte einfacher sein. Ich werde das beste Eis aller Zeiten machen. Das wird perfekt. Und hier fehlt nur noch ein bisschen Dekoration. Dafür reibe ich ein bisschen Orangenschale drüber. Jeder mag diese Farbe. Und natürlich darf ein Minzblatt nicht fehlen. Und meine geheime Zutat. Spezielles dampfendes Wasser. Oh, wirklich? Sieht das gut aus? Schon wieder irgend so ein Unsinn? Das Wichtigste ist, dass man mit Liebe kocht. Mein Gericht wird am leckersten. Hier ist fast schief gegangen. Ach, diese ausgefallenen, modernen Gerichte. Okay. Fast fertig. Hier fehlt nur noch mein Lieblings-Sirup. So ist gut. Wunderschön. Cool. Okay, mein Eis ist fast fertig. Ich muss es nur noch in die Schüssel geben. Okay. Aha, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Das sieht schon mal fantastisch aus. Hier fehlt nur noch Schlagsahne. Die liebt meine Schwester. Fantastisch. Und noch ein paar Skittles. Die kommen immer gut an. Und natürlich dürfen auch ein paar ihrer Lieblings-Oreos nicht fehlen. Und ich persönlich mag noch diese lecker-schmecker-knusprige Waffeln. All right! Ja, aber hier fehlt noch was. Wow, das ist ja Schokosirup. Äh, darf ich mir was leihen? Okay. Großartig. Das ist der letzte Schliff. Fertig sind wir. Na, seid ihr bereit, euer Eis zu präsentieren? Na dann los. Womit soll ich anfangen? Mh, das ist ja richtig voll hier. Das ist das beste Eis, das ich je probiert habe. Wie toll. Und was haben wir hier? Hä, warum ist da so ein Blatt drauf? Ist ja irgendwie seltsam. Ich will das Blatt nicht. Schmeckt viel zu sauer. Gefällt mir nicht. Hey, you. Hier kommt nur noch das letzte Eis. Recht okay. Also, gewonnen hat dieses Eis hier. Yeah, ich hab auch mal gewonnen. Ist ja cool.